Der General kommt mächtig in Schweiß und es hält ihn nicht mehr auf dem Sitz. Das ist die Fete auf dem Hinterhof, verdammte Zähne, mischt auch mit. Obersten und Butschisten sind Beispiele und alle singen den letzten Hit. Sie singen C-I-I-I, C-I-I-I, C-I-I, C-I-I-I. Musik Wir haben heute im Studio von 3D die Gruppe Fee, eine Band aus Braunschweig, die noch nicht jeder kennt. Ihr habt vor kurzem eine neue LP herausgegeben, die heißt Große Taten, Krumme Dinger. Und mir ist an der Schalbleiter aufgefallen, es fehlt da eigentlich kein politisches Thema, was im Moment unter den Nägeln brennt. Es geht von Müll bis hin zur atomaren Apokalypse. Woran liegt das? Wollt ihr gegen einen Zeitgeist anschwimmen, das in der Popmusik nur Liebesthemen und Tralala gesungen wird? Ja, wir meinen schon, dass es möglich und auch wichtig und nötig ist, dass man vernünftige deutsche Texte machen kann, mit einer unheimlich geilen, straighten Rockmusik verbunden. Also nicht so Liedermacher-mäßig, sondern richtig heavy vom Leder. Und dass da auch solche Themen ohne weiteres unterzubringen sind, dass man solche Themen einfach machen kann. Nicht nur in Malie, Betriebe oder sonst irgendwas, sondern auch das sagen, was Ambach ist. Ich bin gespannt, wie esolph angeht.